Ja, zum Muskelaufbau. Also ich sage immer, viele Wege führen nach Rom, was Muskelaufbau oder der Fachbegriff Hypertrophie angeht. Früher oder bis vor ein paar Jahren waren wir dann noch relativ strikt in den Vorgaben, haben gesagt, man muss zum Beispiel mit einer Wiederholungszahl von acht bis zwölf Wiederholungen arbeiten und einer Satzzahl von zum Beispiel drei Sätze pro Übung. Und je nachdem, ob man Anfänger oder Fortgeschrittener ist, dann auch noch eventuell mehrere Übungen pro Muskel und dann pro Woche. Da sind wir mittlerweile drüber hinweg. Da gibt es also neuere Studien, die eigentlich ganz schön zeigen, dass auch zum Beispiel, wenn man jetzt mit weniger Wiederholung, also mit höherem Gewicht trainiert oder umgekehrt mit weniger Gewicht und dafür eine höhere Wiederholungszahl, dass das durchaus auch den Muskelaufbau als Ziel erreichen kann. Und ja, deswegen bin ich so ein bisschen weg von diesen festen Vorgaben. Natürlich ist es nach wie vor in Ordnung, wenn man Muskeln aufbauen will, dass man zum Beispiel mit einem Gewicht trainiert, was man so zehn bis zwölf, fünfzehn Mal bewegen kann. Wichtig scheint schon zu sein, dass ich eine gewisse Muskelermüdung durch den Trainingsreiz erreiche. Das heißt, ich muss das schon spüren am Ende des Satzes in dem Zielmuskel. Aber ob ich dann zwei Sätze oder vier Sätze mache an dem Gerät oder mit der Handel, das scheint wahrscheinlich zumindest für einen Anfänger erstmal nicht so wichtig zu sein. Ein Fortgeschrittener muss wahrscheinlich dann schon ein paar Sätze mehr machen. Aber das ist auch Usus so. Also das ist schon ganz gewöhnlich in der Regel schon so, dass man, wenn man ein bisschen länger dabei ist beim Training, man merkt schon, man braucht größere Herausforderungen. Und dann wird meistens so ein bisschen das Volumen gesteigert. Das heißt, man macht dann mehr Sätze pro Muskel. Und irgendwann ist das vielleicht so viel, dass ich das gar nicht mehr alles an einem Tag schaffe. Und dann kommt man in ein sogenanntes Split-Programm. Und dann teilt man eben die Muskeln entsprechend auf und sagt meinetwegen, hier montags mal nur die Beine und dienstags mal nur den Oberkörper. Da gibt es also viele, viele Möglichkeiten für. Also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit brauche ich kein Muskelkater, um Muskelwachstum zu provozieren. Es schadet zwar auch nicht, also man darf jetzt auch nicht denken, so um Gottes Willen bloß kein Muskelkater, aber es ist auch kein direkter Indikator für Muskelaufbau. Und da gibt es schon lange Studien, die haben das auch ausprobiert, eben ohne möglichst Muscle Damage, sagt man, also ohne Muskulatur zu beschädigen, zu trainieren. Und trotzdem wurden da entsprechend proliferierende Zellen entdeckt. Das heißt also, ja, das geht ganz klar. Und ja, diese Studie zeigt auch, dass man nicht unbedingt bis zur letzten möglichen Wiederholung immer trainieren muss. Und das ist ja eigentlich eine ganz gute Nachricht für diejenigen, die sich auch selber nicht gerne so quälen. Und vor allem auch diejenigen, die es vielleicht auch nicht sollten aus medizinischen Gründen. Wenn ich Herz-Kreislauf-Probleme habe, wenn ich schon ein bisschen älter bin vielleicht, dann macht es vielleicht Sinn, dass beispielsweise, wenn ich 15 Wiederholungen schaffen könnte, dass ich dann einfach bei 12 oder 13 Wiederholungen aufhöre. Man redet dann von einer sogenannten Reps in Reserve und das scheint durchaus trotzdem effektiv zu sein für den Muskelaufbau. Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also es gibt jetzt nicht so irgendwie die grüne Lampe, die dann angeht und so. Ab jetzt reicht es und dann wird Muskel aufgebaut, weil das ja auch sehr stark von vielen Faktoren abhängig ist. Bin ich Anfänger? Bin ich Fortgeschrittener? Wie respondiere ich generell auf Krafttrainings? Es gibt also zum Beispiel Studien, die geguckt haben, wie ist es denn mit Leuten, die meinetwegen nur einen Satz machen für die Beinmuskulatur. In dem Fall wäre das eine schöne Studie. Da kann ich Ihnen gerne den Link zum Video von mir zu schicken. Und mit dem anderen Bein hat man vier Sätze gemacht und dann hat man geschaut, bei denjenigen, wo dieser eine Satz nicht so viel gebracht hat, das war, glaube ich, bei über der Hälfte der Probanden, da hat man dann geschaut, ob diese vier Sätze besser waren. Und das war in der Regel so. Das bedeutet auch, das Volumen, also die Satzzahl kann hier als guter Indikator gewertet werden nach dem Motto, wenn ich nicht so meine Ziele erreiche, wenn ich also merke, da tut sich nichts, dann würde ich schon versuchen, das Volumen etwas zu erhöhen. Das ist zumindest die Aussage dieser Studie. Ja, also als ich angefangen habe mit dem Training so in den späten 80er, frühen 90er Jahren, da war das eigentlich so im Bereich des Bodybuildings ganz klar, man muss splitten. Ja, man muss so viel splitten, wie es nur irgendwie geht. Da bin ich weg von, ehrlich gesagt. Ich glaube, man sollte immer erst mal mit einem Ganzkörpertraining beginnen und kann da auch relativ lange beibleiben. Dann muss man halt schauen, wie viel Zeit, wie viel Antrieb habe ich und kann ich investieren oder will ich investieren. Und ich sage mal, für mich ist immer so die drei die Grenze. Also wenn ich bis zu dreimal in der Woche trainiere, denke ich, dass auch für einen Fortgeschrittenen ein Ganzkörpertraining gut machbar ist und das auch durchaus weiter in Leistungssteigerung und auch Muskelaufbau resultieren kann. Wenn es mehr ist, wenn es also zum Beispiel vier oder fünf oder sechs Einheiten pro Woche sind, die trainiert werden will, dann würde ich eher davon abraten. Dann würde ich sagen, da muss gesplittet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017